Hey Leute, in diesem Video erstmal wie man eigentlich eine Klemmerkise für den Balkon zusammenbauen und somit natürlich auch eine Sonnenmarkise ohne Bohren richtig montieren kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei unserer Überdachung scheint am Nachmittag die Sonne relativ stark rein, weswegen wir hier natürlich auch Schatten haben möchten. Und aus diesem Grund werde ich jetzt auch mal eine 2,50 Meter lange Klemmerkise hier einbauen. Das Ganze funktioniert natürlich bei einem Balkon bzw. anderen Herstellern und Größen relativ ähnlich. Und zuerst einmal sollten wir uns natürlich die ganzen Bauteile mal ordentlich auf den Boden hinlegen, dass wir auch einen schönen Überblick haben. Im nächsten Schritt können wir unsere Markise auch schon mal auf den Boden schön ausgebreitet hinlegen. Und dann benötigen wir mal noch dieses, ich würde sagen Gummiseil. Und das können wir jetzt nämlich auch schon bei dieser kleinen Öffnung hier hinten einmal komplett durch unsere Markise hindurch schieben. Auf der Vorderseite schaut es recht ähnlich aus. Da haben wir eine etwas größere Öffnung hier vorne und dann müssen wir aber zuerst einmal noch diese beiden Rohre miteinander verbinden. Hierfür ist da vorne so ein kleiner Pin, den muss ich einfach mal etwas eindrücken. Dann sollte er auch schon einrasten und danach das Ganze einfach wie das Gummiseil gerade eben auch komplett durch unsere Markise einmal durchschieben. Im nächsten Schritt benötigen wir noch unsere Markisenwelle mit dem Stift, der wohl hier nach vorne einfach raus schaut. Da können wir auch schon die Hutmutter ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn lösen, die Beilagscheibe hier mit runternehmen. Und dann benötigen wir auch noch unser Bauteil mit der Handkurbel und diese Handkurbel, die muss jetzt auf jeden Fall nach außen schauen. Danach das Ganze nämlich einfach hier einmal auf die Welle drauf geben, die Beilagscheibe hier außen wieder richtig aufsetzen. Die Hutmutter natürlich auch schon per Hand schauen, dass sie am Gewinde anpackt. Und wir können das Ganze auch mit einem passenden Schraubschlüssel festdrehen. Laut Anleitung jetzt auf jeden Fall die schöne Seite nach oben schauen lassen. Das erkennt man relativ gut an den Nähten oder in meinem Fall ist auch ein Logo oben aufgedrückt. Das Wellenbauteil mit der Handkurbel auf die rechte Seite und hier können wir auch noch so eine Schutzkappe ganz einfach einmal herunternehmen. Und bei unserer Welle haben wir auf einer Seite eine durchgehende Einkerbung. Und diese Einkerbung kommt jetzt auch dieses Gummiseil rein, wo wir davor schon in die entsprechende Öffnung hineingegeben haben. Danach die Welle einfach bis zur Mitte komplett durchziehen. Dasselbe Spiel auf der anderen Seite mit dem Gegenstück natürlich auch. In der Mitte die zwei Gegenstücke zusammengeben und darauf achten, dass natürlich unser Stoff hier jetzt nicht irgendwie klemmt. Und wir verbinden unsere Markisenwelle mit vier solchen kleinen Kreuzschrauben. Zwei hier auf der Vorderseite und auf der Rückseite haben wir auch nochmal zwei Stück. Bei mir schaut es gut aus, weswegen ich meine Markise auch schon mal grob aufrolle, dass sie sich später auch einfach besser montieren kann. Und hier aber eigentlich nur darauf achten, dass natürlich die schöne Seite auch oben drüber rollt. Im nächsten Schritt können wir unsere beiden Füße auch schon zusammensetzen. Das erkennt man leider recht schwer in der Kamera, da der Fuß doch recht groß ist. Und zuerst einmal sollten wir auf jeden Fall diesen Ausfallarm hier bei unserem Mittelstück hineingeben. Das Ganze können wir dann auch schon etwas weiter oben einmal grob fixieren, dass es hier nicht mehr runter geht. Das Mittelstück erkennt man übrigens daran, dass in meinem Fall hier oben vier solche Bohrungen sind. Danach gebe ich auch schon nämlich das untere Stück hier drauf, da es wieder so ein kleiner Pinne nicht hineindrücken muss. Erkennt man an dem Fuß, der unten bewegbar ist. Und von ganz oben kommt jetzt auch noch das letzte Rohr hier rein. Das hat einfach über die Länge versehen lauter kleine Bohrungen. Die müssen wir nämlich dann gleich auch noch auf unsere Höhe einmal einstellen. Und von oben können wir auch noch diesen Plastikfuß hier bzw. dieses Gummipad ähnliche Teil von oben ganz einfach aufsetzen. Das selbe Spiel habe ich bei meinem zweiten Fuß auch mal gemacht. Und jetzt geht es darum, dass wir mal noch die richtige Länge für diese ermitteln. Bei mir sind es zum Beispiel vom Boden bis zu meiner Klemmstelle an der Decke ca. 208 cm. Weswegen ich mir mit dem Meterstab mal Unterkante Fuß bis hier oben genau meine 208 cm hin halte. Und dann kann man auch schon erkennen, dass ich jetzt genau diese Bohrung hier oben verwenden muss. Lieber immer übrigens einen Ticken kleiner machen, da wir das Ganze am Ende nämlich bei unserem Fuß auch noch etwas höher stellen können. Zum Fixieren die mitgelieferte Schraube einmal durch unsere Bohrung hindurch geben. Von oben dann auch schon mit der Hutmutter mal per Hand aufschrauben. Und danach natürlich bitte nicht vergessen, das Ganze noch einmal mit einem passenden Schlüssel anzuziehen. Und notfalls halber muss man hier unten aber auch noch etwas dagegen halten. Nun können wir auch schon unsere Füße mit der Markise einmal richtig verbinden. Hierfür haben wir außen noch so eine Schraube, die muss ich einfach mal etwas gegen den Uhrzeigersinn noch lösen. Wir können unseren Deckenfuß hier oben einmal herunternehmen und dann natürlich auch schon unser Rohr hier dementsprechend in die Öffnung hinein geben. Wenn sie dann drin ist, können wir auch schon mal provisorisch das Ganze wieder etwas hier festschrauben und natürlich unseren Deckenfuß wieder aufsetzen. Auf der anderen Seite können wir das selbe Spiel auch machen. Zuerst den Deckenfuß herunternehmen. Unsere Fixierschraube etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen. Danach können wir auch schon den Fuß bzw. das Rohr durch die entsprechende Öffnung hier durchgeben. Die Fixierung einmal wieder im Uhrzeigersinn festdrehen. Und danach können wir natürlich auch schon unseren Deckenfuß wieder von oben ganz einfach aufsetzen. Im nächsten Schritt müssen wir uns entscheiden, ob unsere Handkurbel wie bei mir auf der rechten Seite sein soll oder aber auch auf der linken Seite. Dann müssen wir das Ganze nämlich einfach einmal umdrehen. Und der einzige Unterschied ist am Ende eigentlich auch der, dass sich nämlich die Markise jetzt in meinem Fall in die eine Richtung abrollen und in die andere Richtung natürlich wieder aufrollen lässt. Und wäre das Ganze umgekehrt, dann müssen wir natürlich in die andere Richtung kurbeln. Ich bin so aber zufrieden, weswegen ich die Markise einmal so weit herunterrolle, bis ich danach auch hier aus, nämlich meine Ausfallarme, mal bei dem vorher angebrachten Rohr auch richtig fixieren kann. Hierfür nehme ich mal diese Fixierschraube nehmen, zuerst durch unseren Ausfallarm hindurch geben und dann können wir das Ganze auch schon bei unserem Rohr hier innen drin nämlich festdrehen. Damit unser Fuß am Ende auch zwischen unten und oben ordentlich geklemmt wird, können wir hier unten nämlich das Ganze auch nochmal in der Höhe fein verstellen. Deswegen einfach mal so weit drehen, bis wirklich der Fußohr nicht dazwischen eingeklemmt ist. Jetzt auf der anderen Seite das selbe Spiel natürlich auch. Und wir können auch schon mal die Fixierschraube hier oben von unserem Ausfallarm etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und natürlich den Ausfallarm auch auf den gewünschten Winkel einstellen. Das selbe Spiel müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch machen und das Ganze immer etwas ausgleichen. Die Markise funktioniert auf jeden Fall so wie es soll und wenn du das Ganze aber trotzdem auf einen Balkon anbringst und es hier vorne natürlich zwei Stockwerke runter geht, würde ich dir trotzdem empfehlen, dass du es irgendwie sicherheitshalber noch mit einem starken Seil und irgendwie einer Schraube zum Beispiel im Beton oder im Holz fixierst. Nicht, dass sich das Ganze doch irgendwie mal lösen sollte und im schlimmsten Fall natürlich irgendwie auf die Straße runter fällt. Wenn das Ganze natürlich geklärt ist, dann haben wir so eine Klemmerkiese auch schon richtig montiert. Wenn du hierfür zu Hause bist, gibt es auch eine hochwertige Klemmerkiese in den verschiedensten Farben und Größen, eine Wasserpumpenzange oder natürlich auch so einen Akkuschrauber hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.